Also ganz außer Programm, seid ihr alle da? Ja! In seiner Amtszeit wurden zwei große Kindergartenbetreuungsplätze in Baden eingerichtet. Das ist der Melkerkeller und das Club 2. Und da möchte ich auch alle bitten, dass ihr auch drauf schaut. Haben diese Hunde Code-Entsorgung-Sackerl zweckentfremdet verwendet? Sie wurde nämlich beobachtet, dass diese als Einkauf-Sackerl verwendet werden. Und das ist nicht die Zeitung, wo auf jeden Seiten ein Büro vom Pudermaster ist. Zugestern ist da einer gefahren, ausgesoffen, in Rente schlitten und hat die Fahnenmosten umgebrannt. Geschlecht, dass ihr seid, du Sau! Jetzt ist es nicht. Ja, ganz alleine macht nichts schlecht. Von drüben da mitten anstatt rechts. Wobei dann mal eine Fiere bricht, dass man schon glaubt, dass es fliecht. Dann schreit er. Schaut euch das an! Das ist ein Mörderambular!